Wir haben einen Mordfall. Ich hab mir jetzt gerade einen Schweißbruch gestellt. Dann stellt ihn wieder ab. Ich iss ganz schnell. Sie sind der schlechteste Mordkommissar von ganz Niederbayern. Wahrscheinlich von der ganzen Welt. Also das waren jetzt 5 Weißbier, 6 Obstler und der Schweißbruch. Was ist denn der Rest von der Leuch? Vielleicht den Mähdrescher. Also Gulasch? Ja, mehr so eine Roulade. Die macht so Bündel. Mahlzeit. Wissen Sie schon was? Ich bin ja gerade erst gekommen. Außerdem ist mir schlecht. Ich habe einen furchtbar fetten Schweißbruch erwischt. Hättest du einen Schnaps? Gern. Oh, der ist viel gut. Wo weißt denn du eigentlich, wie das passiert ist mit dem Mähdrescher? Ohne meinen Anwalt sag ich gar nichts mehr. Schon klar. Haben Sie irgendwelche Depressionen? Nicht, dass ich wüsste. Ich möchte, dass Sie sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen. Machen Sie gerade verdeckte Ermittlungen im Penner-Milieu. Na wieso? Haben Sie generell Zweifel am Schuldprinzip? Sie nicht. Sie sind für einen Polizisten außergewöhnlich intelligent. Ah. Wir haben wieder einen Mord. Es geht darum, ob der Wirt es darf. Dass er sich voll in Einsatz bringen muss. Das ist normal. Damit meint er aber sein Hosentürl. Außerdem verlangt er unnatürliche Stellungen. Es läuft halt auf so eine Art Kunsttonnen hinaus. Es ist halt müssam, sonst wäre es mir ja wurscht. Haben Sie denn gar niemand daheim? Meine Frau ist schon vor Jahren mit einem Schwerbehinderten durchgebrannt. Schädel. Jetzt hör auf! Schaffen Sie den Betrunkenen da weg. Kriminalpolizei. Ich muss den Mann verhören. Darf ich noch mal Ihren Ausweis sehen? Was ist denn los? Ja, guten Morgen. Für Sie ist schon Mittag. Ich denke, ich bin suspendiert.